Herzlich Willkommen zurück zu Minecraft Ticket Year One Nach der letzten Aufnahme hatte ich ja mit OPS aufgenommen was ja klicklich nicht so geil war also ich bleibe dann bei Fraps ich weiß nicht ob es mit einer CPU liegt oder woran auch immer und ich bin etwas im Verzug guck mal an ich habe keinen Skin oder sowas weil was ist das für ein Skin? Leute ist das ein Standard Skin? ich kenne diesen Skin nicht ich wurde gehackt irgendjemand hat es geschafft mann und die Möse zurückzusetzen dann hat er halt die E-Mail der Passwort und seine E-Mail geschickt und einfach mal passen mann mann er kommt bis zum Stil er hat und mein Name weiterhin glaube ich das ist also mein Name hat er noch aber halt wahrscheinlich ein anderes Skin jetzt weil dieses Kind hatte ich nie so ähm was haben wir vor ich weiß es ist aber noch nicht ähm ich bin einfach voll drauf mega lang her ist das ist jetzt mal aufgenommen ähm ich denke mal ich werde dann mein Skin ein altes Kind äh für die nächste Aufnahmester schon wieder reinbringen aber so lange müssen wir uns mit dem Geblieben aber hier habe ich hier eben äh im Sinne der der kann und ähm vor allem alles zu machen so äh wie konnte man noch mal suchen ach da und Canvas Back wie macht man den mit Strings ok tierisch Wolle ne wo ist ne ganze Wolle da bin ich blöd äh hä ah ich habe die ganze Wolle da reingetan ja guuuuut ähm die hatten wir glaube ich das letzte Mal geleert ne eee ich weiß noch nicht ganz so was ich mit dem Cold Stone immer mache den ich ja definitiv zu viel habe ähm da muss ich mir noch etwas überlegen ich werde jetzt erstmal alles wegschmeißen so dann werde ich gucken dass ich hier damit alles am laufen bleibt und dann werden wir uns an den Bau dran machen den wir geplant hatten ähm ich sehe es bis jetzt noch unrealisierbar weil es einfach viel zu viel zu groß ist was wir da machen müssen ähm aber ich denke man könnte mal anfangen und zumindest versuchen ähm achso ich schwöre da zack da ist drin da ist drin da ist mein Glas alles klar so in der Ruhe habe ich Glas das das bei nützlichen das kommt es einfach zu glück nützlich dann Tim Kabel, 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 Kabel Habe ich hier keine Kabelkiste gehabt? oh da habe ich hier schon Ruhe als gehabt dann kommt das ja auch hier rein das auch zack ok ok so Essen haben wir, das haben wir, das haben wir das läuft hoffentlich auch noch lang genug tja das große Problem hierbei ist dass ich das ja eigentlich hier reinbauen wollte ähm aber das ist ja leider noch nicht so ganz tief ne wie ich gerade sehe ich habe eigentlich gehofft, dass es noch tiefer ist hm und ich kann es ja eigentlich nicht bauen so lange dass es nicht fertig ist ich brauche ja mehrere Etagen und all sowas das heißt entweder mache ich etwas anderes das ist äh tja und was machen wir wir können es natürlich hier auch einfach auf das speziell sehen was man hier machen kann ähm zum Beispiel zum Beispiel sowas von einem Mining Laser oder hatte ich den schon, weiß ich gar nicht ähm oder hier die Quantum Leggings also die Quantum Sachen das das wir uns darauf dann ich meine es wird auf Dauer ziemlich eintönig denke ich mal ähm tja gut wie ich meine wir spielen Ticket und da gehört es irgendwie dazu die ganze Technik ähm das was Leute wir gehen jetzt einfach auf die Technik Sachen und das wird dann sozusagen ja eins sein also es wird das Ziel von der Aufnahmesession E1 sein und dann werden wir ähm nächstes Jahr bei der nächsten Season einfach uns darauf spezialisieren also das wir dann sozusagen erst jetzt so ein bisschen uns ausrüsten und in der nächsten wir dann bauen sag ich mal das haben wir schön abgetrimmt und dann ja dann passt das ja eigentlich so so wir können auch noch ein Fördersystem bauen damit die ganzen Sachen hier direkt hoch kommen das wäre eine Möglichkeit ähm zack 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 ähm wenn ich das hier glaube ich hochlade müsste der Trailer auch schon draußen sein zu Baro ja das ist ein kleines Projekt äh mit 12 YouTubern ein Battle Projekt und ähm ja halt einfach survival ne und schaut da einfach mal vorbei ich glaube es wird lustig wir haben noch nichts aufgenommen ähm zu dem Tag wo ich das hier aufnehme glaubt das wird in fünf Tagen fangen wir an und ähm ähm äh äh ne Scooter war aber zum drehen ähm ähm wo war das? wrench die suche ich ich suche die wrench die suche ich ich suche die wrench ähm machen das hier mal ein bisschen ein bisschen Platz damit war auch das Transportsystem reinbringen aber erstmal gucken was wir hier verbrauchen ok erstmal eine Ahnung Carbon Platten geht das nochmal vor ok ok das müssten wir noch hinkriegen ähm und der Engineering Crystal müssten wir auch hinkriegen machen wir erstmal die Suit die Nanosuit die Nanosuit so ähm 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 Bis zum nächsten Mal.